hallo zusammen willkommen zu einem weiteren video und diesmal geht es wieder um den minecraft server und zwar ist jetzt der server endlich eröffnet ihr könnt auf jump gehen ihr könnt jetzt sogar nano aw spielen beziehungsweise tribe wars ist es ja jetzt fürs erste müsst ihr noch server nano wie eingeben das können wir dann natürlich später ändern und dann kommt ihr hin und hier könnt ihr dann euer team wählen ob ihr jetzt im grün oder gelb seit und da unten seht ihr die map relativ kleine map schön schnell zu feiten treibhaus eben und wir würden dann auch gleich mal starten und wir sagen mal den anderen hallo oder der krone mit dem lazy mit dem magma h und meiner wenigkeit die alle gehen zu team grün und der rest ihm gelb oder gezogen die leute die gegen uns kämpfen so viel glück auf der piste ich gehe rüber viel glück sofort dass ihr jetzt kapituliert das ist möglichkeit so 321 leute es geht los und probier mal hier geschafft master postal umg leute ich hab auch ich dachte ich gedacht dass er mich da bauen kann der brauche ich glaube ich muss doch eigentlich droppen können abgeschossen abgeschossen Ja, okay, den Stop kann ich nicht droppen. Du musst selber an die Kiste kommen. Ich brauche Hilfe, du. Eie, du Bastel, du. So, wir öffnen erstmal ein paar Boxen. Okay, wir haben schon mal ein Schwert. Nee, oder? Also ich auch. Grundsache, jetzt wirst du mich treffen. Ja, gut, GM sollte ich vielleicht noch ausmachen. Eie, M-Bot. Äh, Leute, wir müssen schon irgendwann runter, ne? Nee, nee, ihr könnt gerne rumbleiben, du. Da gab's einen Anschlag von Trump. Kann man nicht hier gewinnen? Mal eins. Ich guck's doch nicht, dass wir keinen erwischt haben. Mann, ich kann keine Pfeile mehr haben. Okay, was machst denn du da eigentlich? Du kaufst dir neue. Kein Geld. Ja, ich geb dir Geld. Machst du da einen eigenen Laden aus? Scheiße. Ja. Ich glaube, das ist voll unfair, Mann. Ich kann nicht abschießen. Ja, ja, Sam, Digga. Das mag man. Nee, oder? Nein! Die fucking Lava will you. Jay, okay. Ähm. Ich hab noch einen Eisen. Ich hab keins mehr. Scheiße. Wer hat denn hier den Shop geschlossen? Ey, wieso ist hier unten... What the fuck, Digga? Du hast gesagt, ich kann ja Sachen kaufen. Wieso warten wir oben bei Amboss? Der Shop ist geschlossen. Ey, Jay, mach mal schnell. Ja, ich mach die alle grad mal auf. Mach schnell, Jay. Mach schneller, Jay. Mach schneller. Mach schneller. Mach schneller. Der ist offen. Ja, aber ich brauch Pfeile. Wo kriegen die? Beim Schmied. Beim Schmied. Beim Schmied gibt's die. Jule. Ich freue mich. Oh shit, ich werd abgeschossen. Was? Ich hab doch auch die Augen geblieben. Hier ist ein bisschen Eisen. Ich hab den noch krank geöffnet. Freunde der Gerechtigkeit. Nein! Oh shit, ich werd abgeschossen. Okay. Du hast dreimal hintereinander verbrannt. Das ist Gott sei Ernst. Oh, hey. Mach mal. Oh, okay. Ja, der ist offen. Oh, ihr seid alle so übersteuert. Kein Problem. Gut, wir haben die zurückgeschossen. Jay-Bot. Ah, na also. Was zum... Curry, weg da. Was machst du da? Ich kann dich von da oben nicht treffen. Das ist wirklich nutzlos. Natürlich treffst du... Ich hab mal so eine Frage. Was ist das Zielspiel? Zu gewinnen. Du... Jedes Team hat eine bestimmte Anzahl an Leben. Wir... Wir haben noch 18 Leben. Ey, ich treff keinen. Dann treff... Essen gibt's beim Essen. Alter, weißt du was? Du lazy Bastard. Un... Unser Team ist natürlich so... So schlau und baut die eigenen Mauern ab. So, wer braucht Essen? Was ist das jetzt? Was steht denn da? Stell doch. Oh. Hex. Hex steht da. Ausdruck. Hex. Das ist der Link. Hex. 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 Leute, was war das denn? Was war das denn? Da geht es richtig ab, Leute, Hilfe! Geht doch auf Kronzucker! Die stürmen vor dir, Russen! Oh Leute, das ist richtig gut, was ich hier sehe! Kevin, was machst du denn mit dem Dierschwert und Böse? Ich hab kein Essen! Ja, guck! Esst dich doch selber, du bist ein Norddeutsch, Mann! Was soll das jetzt werden? Ey, bleib mal stehen! Oh! Leute! Oh, ich soll es hier nicht sein! Was machst du? Nein, ich mach gar nichts! Ich bin in deinem Team! Scheiße! Nein! Da brauchst du die Gäste aus! Dann kriege ich den Schwert, ja? Beim Schmied vielleicht? Nein, Schwert kannst du dir nur craften, indem du Holz besorgst! Hat irgendjemand außer dem Team Essen? Nur Holz? Ich glaub, ich... Ich hab Holz zum Essen! Also du brauchst Holz, du brauchst natürlich einen Diamant! Na ja, in der Mitte gibt es jemanden! Musst du nur abbauen! Bleib hier! Pass mal! Oh! Scheiße! What the fuck? Wie hat denn der... Boah, man kann... Als wenn man kann man keine... Keine... Keine Sachen pflanzen! Wege! Fällt mir grad auf! Wege! Hey! Jetzt fällst du mal stehen! Oh, wo ist der? Ich hab einen Arm beballert! Ja, ich... Gib... Gib mir das dann wieder! Äh... Mann Jonas! Alter, ich hab'n Tierschwert! Arzt! Hallo, hier ist er! Ich brauche Essen! Umgeh! Nein! Nein! Hey Leute! Oh, gib mir doch einfach alles! Ja, ach! Dafür muss viel bleiben! Kann ich irgendwie wieder reingucken? Gibt's eine Miene, die hat mich noch gar nicht gesehen! Was meinst du mit wieder rein? Dieses Stein drin? Äh... Ja, du kannst dein eigenes Team abbauen! Also die... Die Wand kannst du abbauen! Oder du... Stürbst! Hast du irgendwas zum Essen für mich? Nein! Mal kurz! Eins von beidem! Ja, aber nicht für alle! Ich hab die... Hast du was zum Essen? Ja, aber ich kaufe mir was zum Essen, bitte! Ich hol' 8 Dägen! Ja, hol' mal für mich schnell! Äh... Boah! Ich hab' nicht mehr Idee! Dankeschön! Ich kill' jetzt keinen! Ich irgendwann her... Ich hab' noch... Warte mal! Ich hab' noch... Ich hab' noch... Ich hab' noch... Was denn? Was denn? Magma! Ähm... Du kannst doch woanders abbauen, aber... Okay! Hey, mich pusht immer dieser komische Kipp hier! Haben wir einen Ofen, Leute! Haben wir einen Ofen, Leute! Haben wir einen Ofen! Ja, klar doch! Ja, klar doch! Ja, das ist eine gute Idee! Ich hab' jetzt die Idee! Ich hab' jetzt die Idee! Achtung! Er macht jetzt Hex an! Rasch! Der Raster! Komm! Mark, du hast das alles machen! Ey, ich bin Bauhex! 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 Ich bin Bauhaus! Okay! Du weißt Bostum! Ist... No real! Mann! Shit, Mann! Ey! Ich hab' jetzt die Idee! Ich hab' jetzt die erschwert! Was hast du?! Ich hab' jetzt die erschwert! Hat er! Das nicht! Nicht Köln! Lass' den haben, Karino! Ich weiß, der Linken um... Komm mit! Komm mit! Komm mit! Achtung! Der kommt von rechts! Der ist ein die erschwert! Okay, dann... Dann mit... Okay, warte mal! Ich glaub' ich hab' das noch so'n Dreck! Was, Jule? Warte! Wo bist du denn grade? Weck! Alter! Ich beschütze dich grad'n! Ich hab' mich versteckt! Was? So, hier! Hast du Lowground, Alter! Ah, das ist grad' so OP's, Alter! Was denn? Na, Lowground, Alter! Geh' weg! Was denn? Na, Lowground, Alter! Ich schau' weg! 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 Oh, da ist ja noch jemand! Wer, der? Ich will noch dranbleiben, Leute! Da war einer! Da wird immer richtig geflahles, D! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Das war'n heftiger Hit! Was wir wissen! Wo ist denn da die Lava? Wo ist denn da die Lava? Hallo! Freunde, ich brauch' Essen! Ey! Warte mal! Ich hab' hier... 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 Wow! Scheiße! Was war das? Team Gold! Hey, gewonnen! Gold hat gewonnen! Jawohl! Team, ich bin stolz! Hier! Eats! Dankeschön! Das war halt schon richtig easy, Mann! Ja... Meine Schwierigkeit war jetzt nicht dabei! Gut! Curry, kommst du jetzt mal rüber? Team Grün soll auch mal gewinnen! Grün soll auch mal gewinnen! Ja! Hey, was? Was ist das denn da? So, dann teilt euch auf! 4 gegen 4 wieder! Gold ist halt gewinnen! Markmacher ist schon rein! Also einer ist in grün! Also noch... 2... 1... Noch... 2... 1... Achso! Oder? Nee! Nee! Wir sind voll! Ja, wir sind voll! Gut! Äh... Geld? 2... 2... 2... Einige... Also Jonas sicher nicht! Nein, ich... Ja, ich nicht! Du nicht, oder? 2... 2... 2... 2... Gehst du mal eben in die Konsole Curry? Ich muss euch enttäuschen. Ich glaube wir brauchen wieder Rechte. Ich glaube wir brauchen wieder Rechte. Also bauen können Member dort nicht, sagst du. Ja. Also keiner von euch kann bauen. Also nicht schön bauen. Die bauen schon, aber die können keine Pflanzen setzen. Achso. Und die Dings benutzen halt. Ja, die Ho benutzen. Ja, die Ho benutzen. Ja, dann ist ja halt so schlimm. Wollen wir nochmal ohne Geld jetzt? Oder? Ja. Gut. Dann. J, Team Gelb. Team Gelb. J. Team Gelb. Team Gelb. Ja, ist alles gut. Doch, du musst. Nein. Doch. Ja, Magmaha macht alles richtig. Ja, Magmaha macht alles richtig. Da ist, da ist Geld. Oh, Mühe. Ich bin aber gut. Servus. Ja, okay. Wir wollen 4 gegen 4 machen. Ja, Magmaha ist doch schon drin, da ist Geld. Ja. Gut, dann. Dann los. Ja. Curry, wir legen los. Los geht's los. Let's go. Ah, wir haben kein Geld. Jetzt weiß ich auch, wie das Spiel geht. Das ist mein Vorteil. Geil. Wieso ihr alles schon kämpft, alter? Ja, ich bin nicht mehr. Ah! 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 Oh! 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 Isy! Ich weiß, was du warst. Ah! 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 Dass du ein Shit masstert! Ah! Ah! Sehr erinnert面! uh! Sehr gut! Er Sind sie mit Mama? Ah! Ah! mach jetzt bitte keine werbung wir müssen curry protecten curry bitte stirbt kann da eben jemand kommen auf was soll das denn jetzt ich darf den ofen nicht mehr benutzen als member wer braucht schon öfen leute es ist wichtig dass wir die abfangen das war die laba curry wo bist du ganz ruhig nein curry bitte überleg sie ich bin camouflage curry kommt einfach mit so ner Brumme um seinen Gürtel geschnallt herangestimmt und ich spreche nicht Achtung vorne vorne Achtung 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 Drei Wir haben keine Burgzinnen, darin liegt das. Ich glaube rechts steht da einer. Ich kann den Namen nicht genau sehen, deswegen weiß ich nicht. Ich glaube das ist Lazy. Das ist irgend so ein Noob wahrscheinlich. Ja, schieß den mal ab für uns bitte. Ich hab's geschafft. Oh scheiße. Ja, Lazy ist runtergefallen. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Der ist im Wasser. Schütz den Lazy. Lazy? Oh, 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 oh. Fuck, er wird nicht verbrennen. Ne, wer hat es nicht? Nein, er wird nicht verbrennen. Ich schütze dich. Ja, er ist tot. Ein Leben, ein Leben. Tot. Ja, Mann. Oh ne, ein Tod mehr. Fuck. Kommt schon Leute. Schützt jetzt Lazy? Ja, Mann. Ja, Mann. Nein. Wie viel Leben habt ihr eigentlich noch? Nein. 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 Geh weg, geh weg. Oh, Gold hat gewonnen. Schade. Ja, Mann. Nice Leute. Ich habe mich gerade in deren Base gebaut. Boah, was ein Geld. Feuer Silber. Hui. So, jetzt nochmal mit Geld. Ja. Komm, wir gehen mal eben in die Jumping und machen da einen Jump, der 50.000 gibt. Okay. Okay, das kann man. Ja, dann wirst du ja schon mal gewinnen. Curry, kannst du mir eben Rechte geben? Ja, ich gebe den Winter, aber jetzt. Ja, scheiße, ne? Ja. Ich glaube nach dem Jumping. Das war auch mal geht. Manuel ist scheiße, oder? 100 Dank. Ja, so ein bisschen. Okay, wir machen es anders. Wir geben euch in der Jumping ganz viele Mafi-Boxen. Okay. Und dadurch bekommt ihr ja Geld. Richtig. Und je nachdem, also es ist halt natürlich random, wie viel Geld ihr dann bekommt, ne? Ja, okay. So. Ja, das klingt saugut. Gut. Bin ich voll dabei. Ich will zweimal zwei Millionen mindestens zweimal Legende. Mhm. Okay. Können wir so ausmachen. Gut, dann haben wir ja einen Deal. Ja, ich möchte gerne. Ne, kriegst du first. Ach, scheiße. So, kommt mal in Sworn. Hey, Digga. Curry? Ja. Bist du dabei? Ich bin dabei. Bin am Laufen. Voll dabei. So, ich gebe euch schon mal ein paar Boxen. Da liegt eine. Hier liegt eine. Dort. Hier. Noch eine. Ach, du bist Mod. Du kannst keine Mafi-Boxen öffnen. Noob. Ach, du bist Mod. Du kannst keine Öffnung. Ich will aber. Ne, kannst du nicht. Oh, da hat es leider geholfen. Ja, ich öffne dann mal eine. Ja, du bekommst von uns noch was. Gut, ich glaube ich mache daraus zwei Videos. Also von daher mache ich jetzt mal Pause.